Die französische Königin Marie Antoinette Eine passende Aussage zur Hungersnot ihrer Untertanen zum Besten Ein an Unwissenheit, mangelndem Interesse und überhebliche Arroganz kaum zu übertreffender Satz Vielleicht mit einem gewissen Völlegefühl im Bauch wegen zu üppiger Mahlzeiten Wer weiß das schon? Was haben unsere Kinder dieser Tage für ein Glück? Es herrscht eine tödliche Pandemie, zahllose Opfer, nahezu jede Familie betroffen Laut der Fachleute in der Regierung und gerecht bezahltem Beraterstab Was spielen Millionen schon für eine Rolle? Sind Kinder nicht so sehr betroffen Und das Restrisiko kann auch weitgehend ausgeschlossen werden Unsere Kinder tragen Masken, brauchen ihre Großeltern nicht treffen Und dürfen ihre Klassenzimmer während des Unterrichts sogar lüften Herr Söder, Herr Spahn, Frau Merkel, wir müssen uns bedanken So viel Umsicht, so viel Weitsicht, so viel Liebe, so viel Mitgefühl, so viel Nähe zum Volk Beinahe kämpfen wir mit den Tränen der Dankbarkeit Und nun hat unsere Kanzlerin der Herzen einen finalen Tipp für die Kleinsten Kinder, wenn euch kalt im Unterricht ist, macht Kniebeugen und klatscht in die Hände Wir sind geborgen im Wissen, in der Fürsorge, in der Kompetenz einer gottgleichen Kanzlerin Es liegen Welten zwischen Wenn ihr kein Brot habt, esst Kuchen und Wenn euch kalt ist, klatscht in die Hände Merkel, sei Dank Vielen Dank fürs Zuhören Bitte einen Daumen nach oben verbreiten Leute, bleibt stark Es ist hart Aber wir schaffen das Tschüss Musik 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 Musik